Yo, was geht, Alter? Für uns geht es jetzt morgen oder übermorgen, ich weiß noch gar nicht, ob die Gamescom. Vegeta aus Dragonball ist auch hier, Alter. So, Bruder, wenn wir zu haben, einmal so, oder? Alles klar, Bruder, mach gerne. Junge, ich bin hier am Kacken, okay? Und der Brie kommt einfach hier rein und macht Friseursalon daraus, Bruder. Was wird das hier eigentlich, Bruder? Kanacken alle gleich, ich will nur kacken. Hey, hey, hey! Übernachtungsparty mit den Girls. Boah, wie cool, Alter. Wir sind jetzt das allererste Mal in meinem Leben, bin ich auf der Gamescom. Und dann bin ich mit dem Süßen. Ach so, haben die alle, äh... Gamescom! Gamescom! Junge, schaut mal wie cool, Alter. Gamescom! Gamescom! Oh, shit, wie sieht die Mädchen denn aus? So cool! Tut ihr einen, tanzt, tanzt, tanzt! Jeden Tag Stress, wie du siehst. Gamescom! Wir wissen nicht, wer hier ist. Woher machen wir? Auf, check, auf, check! Krass! Die haut mich immer regelmäßig, deswegen sieht mein Arm so aus, Alter. Ich hab nur einmal was Falsches gesagt. Schau, was du mit mir machst, Alter. 31, Alter. Boah, voll eklig, Alter. Cengiz, was kotzt du da hin, Alter? Iiiiih! Das warst du! So, Road to Halle 8. Wir gehen zum Red Bull Lounge und holen uns etwas... Zum trinken, for free, ne? Hä? Ja. Hä, ich wusste gar nicht, dass ich auch hier bin! Gamescom! Gamescom! Ich wusste! Danke, danke! Kodian! 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 Einfach gute Name! Hunde Name! Hunde Name! Hör, hör, hör! Da geht er hinfort! Herzlichen Dank! Da geht er hinfort! In die Creator Lounge! Wir haben uns nicht reindringen können! Lustig, ne? Wieso würdest du mich? Sei ehrlich! Ja? Komm jetzt! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet! Ey, wassup, man! Schaut mal, die sagt, die ist mein größter Fan! Stell dich mal neben Kodi! Die sagt, die ist mein größter Fan! Maximal mein kleinster Fan, Alter! Was trinkst du denn? Das ist ganz normal Urin! Lustig, ne? Oh, shit! Revisal? Gamescom! Gamescom! Wow! Mein Idol! Krass! Gamescom! Steve! Jaja, Steve! Oh, shit! Schuhe gewinnt, Schuhe gewinnt! Du Industrial! Oh, okay! So ist es! Ja, die füße von... Nein! Ich hab mein Geld, ich hab kein Geld mehr! Scam! Kanzi bitte mit dem Reigen und mir hier mein Bild mit dem machen... Natürlich! Natur! Let's go! Daddy! 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 Das hier ist der erste Tag auf den Gamescom! Danke, dass wir hier sein durften. Wie fandest du den ersten Tag? Treat me like... Du musst so einbleiben. Jo, auf alle Fälle war das der erste Tag von einem kranker Abend. Ja, lass mich nicht ausreden. Wir haben das Hemd auf alle Fälle von dem Bruder genommen, damit wir in den Club reinkommen. Ich hab ihm gesagt, ich geb ihm das wieder. Aber er war nicht für da. Ich hoffe, er schreibt mir auf Insta. Tag zwei und drei Folgen. Tag zwei von der Gamescom. Was erwarten wir heute, Can? Stark! Cosplay, Bitches! Alter! Son Goku ist auf der Gamescom! Ja! Ja! Hier haben wir den weltbesten Valoran-Spieler und irgendwann carry ich den. Warte ab! Cosplay, Bitches! Oh! 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 Alter! Das sah so echt aus. Boah! Kannst du das so gut? Gamescom! Gamescom! Ja, ja! Sind wir soweit? Langsam und locker. Ist der Gratoren? Hehehehe! Der Armvergleich... Oh! Oh, mein Gott! Sofort! Was machst du nochmal? Ja, ich schau ihn dir an! Mach langsam! 3, 2, 1! AAAAAAAAAWatch! Yeaaaaaaix. Cosplay, Bitches! Genau, was geht, Leute! Gamescom! Jetzt gehen wir auf das Hype-Festival! We go in now! Wir haben es reingeschafft, Alter. Das ist der Türsteher hier, der ist gefährlich, den nehmen wir rein und das ist unser sexy Boy hier, Alter. Ich bin der Ebenkontest heute. Genau. Wie crazy, Alter. So cool hier, Alter. Das ist mein erstes Fest. 2,50 Meter groß. Na, deine Fresse, Leute. Komm hier, komm hier. Schlau, schlau. Schlau. Schlau, schlau, schlau. Letzter Tag von die Hype Festival. Okay, Gamescom, Gamescom. Cosplay, b****. Abschied wird jetzt genommen. Ich bin krank. Danke, dass ich auch da sein durfte und Shoutout an meine Jungs, Cody, John, Leo, Fabian, bester Mann, dass wir überhaupt da waren. Ciao.